Könnt ihr mir vielleicht 5 bekannte Fußballvereine aus den Erzgebirgen nennen? Wenn nein, dann helfe ich euch. Bekannte Fußballvereine aus der Region Erzgebirge wären klar, der FSV Zwickau, der Chemnitzer FC, Erzgebirge Aue, der VfB Auerbach und auch noch zu guter Letzt der FC Hansa Rostock. Genau richtig gehört der FC Hansa Rostock. Im heutigen Video kramen wir ein bisschen in der Geschichte vom FC Hansa Rostock herum und reden auch allgemein über den Fußball in der DDR. Dazu erkläre ich euch noch, warum Hansa Rostock ursprünglich aus dem Erzgebirge stammt und die dunkle Geschichte dahinter. Alles das gibt es im heutigen Video. Also bleibt dran. In der Oberliga der höchsten Spielklasse der damaligen DDR gab es in Mitte der 50er Jahre insgesamt 5 Vereine aus den Erzgebirgen. Kimi Karl Marx Stadt, Wismut Aue, Motor Zwickau, Fortschritt Meirane und die BSG Emporlauter. Um alle zu nennen, haben den ostdeutschen Fußball zu der Zeit absolut dominiert. Aus den Norden oder aus der Hauptstadt Ostberlin war hingegen keine einzige Mannschaft in der Oberliga 1953-54 vertreten gewesen. Das sollte sich aber nach den Verlangen der SED und ihrer Politiker und Sportfunktionäre jedoch schleunigst ändern. Nachdem bereits die Fußballmannschaft von vorwärts Leipzig 1953 komplett nach Berlin umgesiedelt worden war, sollte auch der mehrmalige Oberligameister, die BSG Wismut, heute bekannt unter dem Namen Erzgebirge Aue, ein Jahr später im heutigen Chemnitz, also Karl Marx Stadt, umgesiedelt werden. Doch der Umzug des Vereins scheiterte am Widerstand der Auer Fans. Darunter auch etliche Arbeiter der Wismut, des größten Uranproduzenten der Welt. Die Kumpel der Wismut argumentieren, dass ihre Arbeitsmoral darunter leiden würde, wenn ihr Verein nicht mehr in Aue spielt. Diese Drohung der Arbeiter und der Auer Fans machte Eindruck bei den SED-Funktionären und sie haben mit ihnen einen Kompromiss gemacht. Der Verein wird ab Sommer 1954 in SC Wismut Karl Marx Stadt umbenannt, aber die Heimspiele dürfen trotzdem weiterhin in Aue ausgetragen werden. Schlimmer erging es den Fußballern und den Fans der BSG Empor Lauter, einem kleinen Ort mit nur paar tausend Einwohnern. Denn sie haben es im Gegensatz zur Aue leider nicht geschafft, ihren Verein im Ort zu behalten. Ganz im Gegenteil, es wurde noch schlimmer. Denn der Verein wurde tatsächlich am Ende der Welt umgesiedelt, und zwar an die Ostsee nach Rostock. Rostock hätte gar nichts. Und da haben die Funktionäre gesagt, hier unten im Erzgebirge müssen wir ein bisschen Luft machen und dafür an der Küste was veranstalten. Erinnert sich Karl Bochmann, damals Profi der BSG Empor Lauter? Denn anders als im Nachbarort Aue gab es in Lauter keine Wismut-Kumpel, die den Funktionären hätten überzeugen oder hätten drohen können. Als 1954 das Ostseestadion in der Hansestadt Rostock eröffnet wurde, haben die Genossen der SED-Bezirksleitung als auch einige Sportfunktionäre auf die Idee, einen etablierten Oberliga-Verein nach Rostock zu bringen, um damit den Werkstätigen und Bewohner hier oben im Norden am künftigen Tor zur Welt etwas zu bieten zu können. Der erste Sekretär der SED-Bezirksleitung Rostock, Karl Mewis, hatte intern den Vorschlag gemacht, einer der erzgebirgischen Vereine in der Oberliga an die Ostsee nach Rostock zu verlegen. Oh, warum ist die ganze Zeit hier ein Krankenwagen? Können die auch für einen Menschen zu retten? Das geht ja gar nicht. Welcher Mannschaft nach Rostock umgesiedelt wird, war bis dato noch nicht klar. Aber weil Lauter die kleinste der fünf Erzgebirger Städte ist, war für die Fans von Empor schon vorher klar, dass es mit ziemlicher Sicherheit ihre Stadt und ihr Verein treffen wird. Da die Furcht vor dem Verlust der Oberligamannschaft groß war, drohten etliche Einwohner der Stadt bei dem Fall, dass ihr Verein umgesiedelt wird, dass sie die nächsten anstehenden Volkskammerwahlen boykottieren werden. Diese Gerüchte schienen sich aber nicht zu bestätigen. Die neue Oberligasaison begann und die BSG Empor Lauter spielte wie gewohnt in ihrer Heimat. Die Empor Lauter-Fans träumten in diesen Herbsttagen sogar schon vor der Meisterschaft. Denn ihre Mannschaft führte nach fünf, sechs, sieben Spieltagen die Tabelle in der DDR-Oberliga an. Doch nach dem achten Spieltag wurde in Lauter die Entscheidung der DDR-Sportsführung überraschend publik gemacht. Denn die Mannschaft würde in den kommenden Wochen tatsächlich nach Rostock umgesiedelt werden. Die Enttäuschung über die Entscheidung aus den fernen Berlin war gewaltig und einige Spieler von Lauter wechselten umgehend zu anderen Vereinen aus der Nähe im Erzgebirge. In der Nacht, als die Mannschaft samt Trainer und Betreuer im Zug saß, um klangheimlich nach Rostock gefahren zu werden, blockierten mehrere Lauter-Fans die Bahngleise, um die Umsiedlung des Vereins noch zu verhindern. Insgesamt drei Stunden soll es gedauert haben, bis die Gleise von der Polizei gewalttätig geräumt waren und der Zug wieder Richtung Rostock losfahren konnte. Unter dem Eindruck der Fans verließen vorher sogar drei Spieler den Zug, so dass am Ende nur zwölf Spieler mit ihren Trainer in ihrer neuen Heimat in Rostock ankamen. Die Spieler aus dem Erzgebirge wurden sofort in die Truppe des Empor Rostock eingegliedert und liefen bereits am 10. Spieltag gegen Chemie Karl-Max statt zum Punktspiel auf. Doch trotz der Verstärkung reichte es für die Mannschaft am Ende der Saison nur für den 9. Platz. Besser lief es immerhin im Pokal. Dort schaltete man erst im Finale gegen Wismund Karl-Max statt mit 2 zu 3 in der Verlängerung. Der versprochene Erfolg der SCM Paul Rostock blieb allerdings aus. Klar wurde der Klub im zweiten Jahr direkt Zweiter, aber dann im darauffolgenden Jahr 1956 stieg man als Tabellenvierzehnter in die Zweitenklassigkeit ab. Danach stieg der Verein wieder direkt auf und belegte häufiger die oberen sieben Plätze, aber zur ostdeutschen Meisterschaft reicht es noch nicht. Auch als sich der Verein 1965 in FC Hansa Rostock umbenannt, wurde es nicht besser und der Verein wurde zur regelrechten Fahrschwimm-Mannschaft. Erst sehr, 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 sehr spät wurde der Verein so richtig erfolgreich und in der aller, allerletzten Saison der DDR-Oberliga schaffte Hansa die Überraschung, wurde ostdeutscher Meister und stieg als einer der ersten ostdeutschen Profivereine in die erste Fußball-Bundesliga auf. Und heute spielte FC Hansa Rostock als einer der wenigen ostdeutschen Mannschaften noch im Profibereich des deutschen Fußballs. Die neu gegründete BSG Empor Lauter, die anfangs sogar noch berechtigte Meisterschaftsansprüche hatte, war dagegen in einer der untersten ostdeutschen Liga versetzt worden. Und der Verein war nie wieder so erfolgreich wie damals und musste mehrmals neu gegründet werden. Noch jahrelang wurde die, die an der Ostdeeküste umgezogenen Spieler des FC Hansa Rostock bei Auswärtsfahrten besonders im Erzgebirge angefeindet und wurden sehr lange als Verräter betitelt. Ja Leute, danke an den MDR, von denen ich größtenteils der Information habe. Okay Leute, was ist eure Meinung zum ganzen Thema? Ist der FC Hansa Rostock für euch jetzt ein Verräterverein? Oder sagt ihr, naja, okay, das ganze Vorgehen und die ganze Geschichte ist zwar scheiße gewesen, aber damals war das in der DDR relativ normal und jetzt kann der Verein eigentlich nichts dafür. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked gerne das Video und abonniert meinen Kanal, wenn euch allgemein historische Fußballthemen interessiert. Das war's für den Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.